Gute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Neues aus dem Studio Hessen. Wir sind hier in Keltern und genau genommen sind wir bei Tenhaft. Also wenn ihr weiß, was Tenhaft ist, jeder der von euch eine Äußer auf dem Dach hat oder eine Sidetrack oder was auch immer, spätestens jetzt wird er wissen, wer oder was Tenhaft ist. Und heute Morgen, wir haben heute Morgen einen Termin, weil unsere Antenne, die macht ein bisschen Probleme. Zum Beispiel, dass wenn sie längere Zeit ausgefahren ist, dass sie sich nicht mehr einfahren lässt, hängt sich einfach auf, muss sich einmal ziehen, Stöpsel ziehen, also Strom ziehen, also im Prinzip resetten. Wieder anmachen, Strom und dann kann man ganz wieder einfahren. Seit ein paar Wochen ist es jetzt auch, dass die sich da oben ein Wolf dudelt. Also obwohl freie Sicht ist und so weiter, findest du irgendwie nicht so richtig. Es dauert ewig, bis ein Satellit gefunden hat. Und gut, jetzt stehen wir hier in Keltern bei Tenhaft auf dem Stellplatz und ich war gerade eben draußen, hab soweit alles fertig gemacht für die Werkseinfahrt jetzt und für die Reparatur. Und da kommt so ein ganz netter Mitarbeiter und drückt uns hier so eine Tüte Brötchen in die Hand. Keine Ahnung, was da alles drin ist. Sind so vier Stück oder so sind das. Mondbrötchen sehe ich dann zum Beispiel. Das ist ein Ding hier. Das ist doch mal ein Video wert auf jeden Fall, oder? Bei Tenhaft. Wenn du dann so freundlich begrüßt wirst. Was es dann letztendlich war, werde ich euch dann nachher berichten. Bis gleich. Jelly, wir waren heute bei Tenhaft im Werk und haben die Antenne richten lassen. Ja, und zwar das Coxial-Kabel. Gut, okay. Kleine Ursache, große Wirkung. Und jetzt scheint es aber alles wieder zu funktionieren hier. Wir haben also ein komplettes Software-Update bekommen. Alles ist gut. Ja, das Ganze ging auf Garantie. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Und jetzt, der Mitarbeiter hat mir noch was mit auf den Weg gegeben, dass die, wenn ihr hierher kommt und dass die das alles reparieren, werden die Antenne, wird die Antenne automatisch mit abgebaut und mit kontrolliert. Warum? Weil in diesen Stellmotoren sind Kunststoffzahnräder drin und die können von Haus aus schon mal ein Haares haben. Und wenn die ein Haares haben und dann auch der Wind reinknallt, dann ist Holland in Not so schön, wie man so schön sagt. Und dann kann es passieren, dass ihr gar nicht mehr machen könnt mit der Antenne. Weder einfahren noch sonst irgendwie was. Also, wenn ihr hierher kommt ins Werk, dann, ja, warum erst zum Schmittchen gehen, wenn man gleich zum Schmitt gehen kann. So sehe ich das. Und ihr seid hier auf jeden Fall bestens aufgehoben. Und denkt dran, wenn ihr einen Termin habt, bekommen wir morgens auch noch lecker Brötchen. Das war's von meiner Seite. Sollte es euch gefallen haben, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt mir beide Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Kein Alles Neues aus dem Studio Hessen. Mein Name ist Stefan. Ich sage Tschöjo. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch ein kleiner Nachtrag von mir. Herzlichen Dank an den lieben Damen vom Empfang. Ach ja, stimmt ja. Die netten Damen vom Empfang. Ja, habe ich ganz vergessen. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber jetzt. Tschüss. Tschüss. ENDE 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017